Herzlich Willkommen zu einem neuen Video aus dem Videozyklus zum Arbeitsblatt zu den linearen Funktionen. In diesem Video werden wir nicht über Ziele sprechen, sondern wir werden einfach direkt uns das Arbeitsblatt anschauen und das Kassel anschauen, was wir in diesem Video bearbeiten. Der Grund ist, dass wir etwas sehr ähnliches schon zwei Kassel weiter oben gemacht haben, nämlich wir haben einen Graphen gegeben und wir sollen von diesem Graphen die Funktionsgleichung aufstellen. Nochmal zur Erinnerung, eine lineare Funktion, in diesem Fall heißt CH, hat die Form K mal X plus D. Also H von X ist gleich K mal X plus D. Und hier ist der Arbeitsauftrag, wir sollen D ermitteln, aber ich schlage vor, wir ermitteln gleich die ganze Funktionsgleichung. Was brauchen wir dafür? Naja, wir brauchen das K, das hier, und das D. Das X brauchen wir nicht, weil X können wir ja einsetzen, was wir wollen. In dem Fall ist X halt für alle Werte Größe gleich 2, ist dann auch schon der Graph eingezeichnet, aber prinzipiell können wir ja einsetzen, was wir wollen. Und wir bekommen immer ein H raus und abhängig von dem K und von dem D bekommen wir dann andere H raus für ein gewisses X. Das heißt, das X selber ist nicht Teil der, müssen wir nicht bestimmen für die Funktionsgleichung. K, D gibt ein schon. Das heißt, wir brauchen zwei Informationen, um diese Funktionsgleichung aufstellen zu können. Und das ist so etwas, was man in der Mathematik sehr oft bemerkt ist, wenn wir zwei Informationen brauchen, also herausfinden wollen, dann brauchen wir von irgendwo anders zwei Informationen, die wir irgendwo herauslesen können. Zwei unterschiedliche. Anders geht es oft nicht aus. So, was könnten diese zwei Informationen sein? In dem Fall zwei Punkte. Zum Beispiel dieser und dieser. Ja? Theoretisch bräuchte ich diesen Graphen gar nicht, weil wenn ich die beiden Punkte habe, kann ich mir selber denken, was sie gerade ist, die da durchgeht. Das heißt, eigentlich alle Punkte dazwischen, die blau sind, sind eigentlich schon überflüssige Informationen. Zwei Punkte würden reichen. So, jetzt habe ich genug geredet von mir. Jetzt ist wieder eine Arbeitsphase. Wie immer gebe ich dir drei Sekunden Zeit, damit du das Video passieren kannst. Ich hätte gerne, dass du die ganze Funktionsgleichung für H aufstellst. Also, dass du K und D berechnest. Und danach H von X ist gleich und dann eben inschreibst mit den eingesetzten Werten für K und X. Wie gesagt, drei Sekunden Zeit. Ab jetzt. Gut. Natürlich zeige ich auch hier, wie ich das gemacht hätte. Und zwar folgendermaßen. Wie gesagt, brauchen wir diese zwei Punkte. Oder zwei Punkte generell. Ich habe halt die beiden Punkte genommen, weil sie gut zum Ablesen sind. Dieser Punkt hier, der hat ja die Koordinaten zählen 3, 7. Okay? Na gut. Wie kann ich K ermitteln? K, wir erinnern uns, ist die Steigung dieser Gerade. Oder dieses Strahls in diesem Fall. Und das kann ich mit dem Differenzenquotienten ausrechnen. So wie wir das vor zwei Videos gemacht haben. Delta Y geteilt durch Delta X. Dieses Beispiel ist sehr gnädig, weil das Delta X ist sowieso 1. Weil wenn ich von hier hierher gehe, da sind wir ein Kasterl. Und das Delta Y, naja, das geht von 7, oder eigentlich jetzt von 3 bis 7. Also gehe ich 4 Schritte hinauf. Zur Erinnerung, 7 minus 3 ist 4. Naja, und 4 geteilt durch 1, das ist auch 4. Das heißt, die Steigung von diesem und dieser Gerade ist 4. Das heißt, das K ist einfach 4. Das heißt, wir wissen schon, die Funktionsgleichung wird irgendwie ausschauen. H von X ist gleich 4 mal X plus irgendein D. Irgendeine Zahl. Na gut, was ist denn diese Zahl? Geometrisch kann man sich das vorstellen, dass D ist dort, wo ich die senkrechte Achse schneide. Auf welcher Höhe? Ja? Weil wenn ich, ich schreibe das vielleicht hierher, wenn ich für X gleich 0 einsetze, dann bin ich ja hier, gehe ich gar nicht nach rechts. Ich bleibe hier bei 0. Und dann das, was mir rauskommt, naja, K mal 0 ist 0. Dann habe ich genau ein D, das mir überbleibt. Das Problem, wenn ich das grafisch lösen möchte, dann müsste ich ja diese Gerade hier weiter nach unten verlängern. Und, naja, jetzt versuche ich das möglichst schön zu zeichnen. Das heißt, ich gehe mir hier herunter und dann aus dem Bild hinaus, das heißt, irgendwo der Schnittpunkt wäre hier unten. Das heißt, grafisch können wir das nicht machen. Das ist gleich wieder weg. Aber wir können es rechnerisch machen. Wie gesagt, haben wir zwei Punkte zur Verfügung, die wir direkt aus dem Diagramm ablesen können. Ich nehme den Punkt 2, 3 und den Punkt 3, 7. Und beide Punkte liegen ja auf dem Funktionsgrafen. Das heißt, beide Punkte müssen diese Funktionsgleichung erfüllen. Das heißt, ich weiß, wenn ich für x 2 einsetze, dann muss 3 herauskommen. Dann muss das h von 2, muss 3 sein, sonst wäre ich ja nicht drauf auf diesen Punkt. Und wenn ich für x 3 einsetze, dann muss das h von 3 gleich 7 sein. Und diese Information können wir verwenden. Ich nehme diesen Punkt, könnt ihr auch genauso gut den anderen Punkt nehmen, aber ich nehme jetzt einfach diesen. Und ich schreibe mal hin, was wir wissen. Ich weiß, h von 2 ist gleich 3. Zur Erinnerung, sonst lege dieser Punkt nicht auf den Geraden oder Funktionsgrafen. Na ja, was ist ein h von 2? Na ja, ich setze einfach hier für x 2 ein. Und das k kennen wir auch schon. Das k haben wir vorher ausgerechnet. Das ist 4. Das heißt, 4 mal 2 plus d ist gleich, na ja, ist gleich, na ja. Wie weit oben sind wir dann? Hier? 3. So wie vorher. Jetzt haben wir dieser 3er hier. In der nächsten Zeile. Das da ist ja 8. Das heißt, ich habe 8 plus d ist gleich 3. Gut. Was muss ich für d einsetzen, damit ich 8 plus dieses d ist gleich 3 erhalte. Na ja, wir können das so machen, dass wir dann 8 auf die andere Seite bringen. Minus 8. Auf beiden Seiten. Ja? Da bleibt mir hier das d über. Und auf der anderen Seite habe ich 3 minus 8. Und 3 minus 8 ist minus 5. Okay? Das heißt, d ist minus 5. Daraus folgt. Also an und für sich hätten wir jetzt erledigt, was das Arbeitsblatt von uns möchte. Aber ich schreibe noch einmal die Funktionsgleichung schön auf. h von x. Wie gesagt, das x kann ich auch frei aussuchen. Ist gleich. Hier, das war unser k. Mal x. Minus 5. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, das ist schon realistisch. Wenn ich da so runtergehe, runtergehe, immer steil runtergehe, wenn ich ungefähr bei minus 5 diese verlängerte senkrechte Achse hier schneide, das kann ich mir eigentlich relativ gut vorstellen grafisch. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein plausibles Ergebnis. Im nächsten Video werden wir uns einen linearen Sachverhalt anschauen, den man als lineare Funktion auffassen kann. Und zwar die Umrechnung zwischen Fahrenheit und Celsius. Ich hoffe, du freust dich drauf. Bis dann. Ciao.